Ich bin nicht so gekumpelt, von einer Technik zu der anderen. Malen geht viel schneller, da kann man jeden Tag noch ins Wild machen. Und beim Holschnitz ist es einfach der Haufen Handwerk. Ich denke, die Kunst sollte den Betrachter auch etwas bereichern. Eine Stimmung darstellen können, zum Beispiel eine Stimmung eines Wintermorgens, Sonnenaufgang oder so. Oder auch eines trüben Tages und dann kommt ein Himmelslicht durch. Das ist das, was mich das Leben lang immer beschäftigt hat.